jo leute und willkommen zu einem neuen part von castle class in diesem video soll es darum gehen in so ein kleines account update zu machen was hat sich verändert was könnte sich verändert haben was könnte sich theoretisch verändert haben und was hat sich nicht verändert nicht verändert hat dass ich irgendeiner coolen neuen helden ab es hat sich verändert dass es heute ein paket gab mit dem gar gold skin 30 talent karten plus 5 solche gold essen dank gd dass ihr die reingepackt das paket ist mindestens 20 euro wert also von frühverhältnissen meine ich aber ich habe fünf von diesen essen und schaut euch das an 30k splitter für fünf essen die dinge sind meine rechnung nach 7500 wert ja aus den 30 talent kamen kamen nun 5 verbrennt für ihre leuchten und das habe ich auf dem eros plus auf war aus einer quest 5er kriegen danke jetzt kann ich endlich mal gescheitern mit gk spielen ja sonst ich habe in drei hellen evo gemacht einmal den dabei dann leuchten hatte in der weichne kopie hatte und nur leuchten und den aber leuchten als bücher habe ich nicht so viele bekommen ich bin auf 90 gelevelt habe ja ich bin doof dumm und schrottig sollte ich nicht machen lauf minu lauf online gott danke danke leben so lässt sich gk machen und da muss ich nämlich nur noch mit er mit mich mit ihnen mit dem lohn ihn ausräumen aufräumen hier wummsala so mächtig der 10 nicht anders so und nicht anders leute ihr wisst nicht wie happy mich das sagt gemacht es hat so gefehlt so muss das sein und nicht anders der minu muss bomben die gott totem denkst du dir ist noch siller totem denkst du dir auch oder ich habe nämlich in minu ne eros hat ein 5er quicken und mich ja alle ich sollte dieses ich sollte diesen runden für ein gk machen damit er endlich gescheit ausreichend tut das war so glatt es war so glatt es war so glatt seht ihr den besitzt ihr den verarschen das gefällt mir das gefällt mir ja ich mache einfach nur so seltsame geräusche dass es nicht zu glauben jetzt wird nur noch irgendwie ich sollte dem eigentlich das bd artefakt geben leute das probieren wir jetzt aber aus pd wird seines abzeichens gewinnt genommen und der minu taurus soll jetzt seine angriff 4 sekunden 20 prozent zu hören das ist wahrscheinlich so eine eine der besten sachen die man haben muss dafür schriftrolle des blitzes wollte im totem sauber läuft bei dir eine angegriffene 3 sekunden koma inventiert na komm so will ich das sehen und nicht anders damit das klar ist heilige mutter maria josef oh gott habe ich das gerade wirklich gesagt sorry aber leute das macht spaß das macht laune ich mache den kürbis wieder rein weil das ist so standard standard alte logitis steht das ist mal ein schönes nahkampfteam kaum hat man eros klappt alles fünfmal besser ich glaube das video wird so ziemlich das mit einer der schlechtesten die vogel hat so das ist mein nahkampfteam so muss das sein wir geben mal der trixie das verquicken zurück besser gesagt wir nehmen uns jetzt nicht unbedingt das schlimme daran sondern wir geben dem minu einfach ein zweier das reicht nicht weil ich kein zweier ab wir geben dem minu einfach ein schild ja denkst du dir so und möchte ich das sehen so nicht anders eros ist da und putz digger sorry wenn ich zu laut bin aber so will ich das es muss exakt so sein nicht anders exakt so ich liebe es jetzt schon free to play ja klar kollege ich habe auch ganz viele kekse zu hause das weißt du schon gut das war jetzt irgendwie einfach bloß blöde von mir warten wir haben jetzt noch eine sache vor warum das ist für mich so ein kleiner helden test was kann ich mit ihrer symboliken einfach machen das ist ein team des grauens das ist ein team des grauens oh mein gott oh mein gott oh mein gott das wird ein todes team junge schau dir das an die sind instant tot nachher ist mal zum trocken ganz ehrlich damit haben wir es noch fahren eros prox aris prox anubis löst automatisch aus durch durch die nährvolle energie naja eilert tot und da ja ja ha 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 easy peasy ha ha macht es spaß Oh mein gott ich muss das irgendwie versuchen mal zu cutten und da muss sich da ne RIP headphone users warnung einblenden da ist nicht so lange brauchen zu bewegen guckt euch an wie der da steht jungen jungen wissen nicht wie verdammt viel spaß macht es tut mir leid an alle die keinen anubis haben und kann es ein quicken eros heute hat das bestimmt jeder die scheiße einfach an guckt euch das einfach an der elektriker also alle die das sehen die müssen denken ich bin vollkommen behindert leute die das random sehen da habt ihr einfach vollkommen recht tut mir leid beim alle so ich mache mir kurz geräusch ist einfach an eros prokt aries prokt anubis prokt ich bin blöd was ist denn ich den anubis mal hinten in park sein jedes mal kurz vom schlag aufzuhören macht keinen unterschied falls doch könnt ihr mir darauf hinweisen ist das lustig ist das lustig so gerne 50 games aus um das nochmal zu sehen vor allem der waller löst ja durch das vierkriegen auch sofort aus zack zack putz tot wie wir sagen wir nicht länger draus das wird das ende vom video sein wenn es euch gefällt dann meine zurück ach so gute behinderungen dann lasst doch gerne daumen hoch da ok das seien kann ich jetzt nicht noch mal also wenn ich die episode gefallen hat dann lasst doch gerne daumen hoch da schreibt mir in die kommis habt ihr ja ich hab jetzt ne lol so ein komplettes ich mache dich kaputt team ich muss eindeutig so sagen darf und dann würde ich sagen so by the way es kommt jetzt gleich noch mal im anschluss per aufnahme ein sozusagen fünf dinge video zeigen wir jetzt fünf komische dinge in castle und bis zum nächsten video tschau